In unserem Garten haben wir seit ein paar Tagen einen Adipositas-Vogel. Ich habe noch nie so einen dicken Vogel gesehen. Dann stand E-Learning am Programm. Mal schauen, dass andere so in ihren Workshops bringen. Vita-Club-Kurse gibt es auch im Moment nur online. Hier bemüße ich Ruppi, dass wir nicht zu dick werden und ich mache natürlich brav mit. Die Gruppendynamik beim Sport fehlt mir aber trotzdem. Während ich noch mit der Vita-Club-Sportstunde im Keller beschäftigt bin, ist der Winter wieder beim Kochen. Was wird das heute? Heute gibt es grünes Curry mit Brokkoli. Natürlich alles frisch gekocht. Und nachher darf ich wieder eine Runde online parokieren mit meinen Freunden. Ah, okay. Und ist heute irgendein Fleisch dabei? Oder was gibt es da? Ja, heute ist Hühnchen dabei. Ah, okay. Okay, jetzt geht's pikasten. Vielen Dank.